Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu Cryo4. Wir mussten... und jetzt ein wenig chillen. Ich habe auch ein Bier aufgemacht und rauche gerade nebenbei eine Zigarette. Naja, ich wollte dich rennen. Ich wollte mich hinsetzen. Hallo? Mami? Hallo? Nein! Keine Schächte! Ich hasse Schächte! Nein! Ich habe Angst, zurückzugehen. Ich will mich einfach nur hier hinsetzen und sterben. Oh nein! Ich habe übrigens nur noch einen Schuss. Ah, cool. Ja, scheiße. Hammerklaus kam dazwischen. Ich nehme jetzt mal Nahkampfwaffe. Wir schaffen das. Nein. Hallo? Nein, da ist auch einer! Mach das bitte tot! Es ist nicht tot! Es ist nicht tot! Stirb! Stirb einfach! Du dummer Hurensohn! Stirb! Bitte! Wir gehen einfach wieder zurück! Wir gehen einfach wieder zurück! Wir gehen einfach wieder zurück! Es geht nicht, da ist auch ein Tunnel. Ich weiß. Soll ich weiter vorgehen? Ich habe noch einen Schuss. Er wird uns viel helfen. Oh nein! Ja genau das! Du gehst vor! Ich geh sonst immer vor! Ich habe solche Angst! Ist da oben irgendwas? Oh Gott! Ich sehe nichts! Aber ich... Moment! Ich muss kurz erstmal irgendwie da hochkommen! Ich weiß gar nicht, ob das gewollt ist! Irgendwie kommt man da hoch! Ja, die kann das irgendwie... Aber ich... Ja, mit dem Ducksprung! Oh Gott! Vielleicht mit dem Ducksprung! Ja, es geht doch eigentlich mehr! Ah, ich habe es geschafft! Es ist vor allem ein bisschen nervig, dass wir ineinander gestanden! Oh Gott! Nein! Wir sind gerne ineinander! Ja! Ich will nicht! Ist hier irgendwo Munition vielleicht? So... Einmal... Boah! Lass das! Ich wollte nur versuchen, uns einen alternativen Ausweg zu schaffen, aber es geht nicht! Lass mich kurz in den Bezug von der Zigarette nehmen! Ja, okay! Ich trinke auch noch ganz kurz einen Apfelsaft! Und ich trinke gerade wirklich Apfelsaft, weil wenn ich jetzt Apfelsaft trinken würde, dann würde ich panisch umherlaufen und schreien! Ich trinke Gerstensaft! Ich muss dir dein Display politisch korrekt halten! Nein, du kannst Bier trinken von mir aus! Ja, ich trinke Bier! Wir sind hier bei Cry of Fear, das ist okay! 5,0! Dieses mit der Deutschlandfahne drauf! Du trinkst 5 Nuller? Ja! Na... Ich mag 5 Nuller, aber eigentlich nur gemischt! Pass auf! Ich schieße jetzt noch einen... Bei dem Spiel brauche ich es pur! Also da ist niemand drin? Da liegt ein Magazin! Oh mein Gott! Nein, liegt es doch nicht! Ich habe mich verguckt! Doch, da liegt ein Magazin! Da liegt ein Magazin! Okay, ich habe jetzt noch einschlossen im Magazin! Ich lade den nicht nach! Hm, ne! Ah! Lange drittler Gang! Gute Idee! Da ist noch rechts eine Tür! Ah ja, okay! Ja, noch besser! Leuchte du weiter nach vorne und guck, ob da jemand ist und ich... Der Raum geht auch weiter! Nee! Nee! Stimmt! Das hier ist so eine Art Labyrinth! Nee! Ich höre hier irgendeinen Atmen! Das ist einfach nur ein Wind! Von links! Das ist einfach nur ein Wind! Das ist einfach nur ein Wind! Wind und verpacktes Gewitter! Hast du eigentlich ein Heimer gesteilt? Ich habe so... Ja, habe ich! Ich habe dezent das Gefühl, dass da in der Ecke einer sitzt! Ich habe Angst davor, dass da einer sitzt! Geh mal rein! Ja, super! Geh einfach schnell rein und wieder raus! Wobei das mit dem schnellen rausgehen klappt auch nicht! Da liegt ne Shotgun! Ich hab die... Das wollte ich nicht! Warum wusstest du sie auf uns aufmerksam machen? Ich wollte auch nicht! Ich habe übrigens Shotgun-Munition ja aufgehoben gehabt! Ich habe jetzt insgesamt ein neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn... Ich höre was! Was? Sag mal leise! Ne, dreizehn Schuss! Ne, vierzehn, vierzehn! Pst, pst, pst! Oh Gott! Du hörst es auch, oder? Ja! Magst du nicht vielleicht vorgehen? Ich nehme mir das jetzt mal leise! Warte, warte, warte! Hier sind doch noch Türen! Hier können wir von der Tür ausgehen! Da ist nicht so gefährlich! Komm mit! Ich denke ein bisschen praktisch in diesem Spiel! Ja, ich kann nicht denken! Du behältst die rechte Tür im Auge, ich gehe in die linke Kamera rein! Okay! Wieso haben wir doch gleich nur eine Shotgun gefunden? Im Prinzip! Hätte eigentlich auch ganz... Oh, hier ist Adrenalin! Äh, Morphium! Hast du noch Morphium? Äh, ich habe noch, ja! Okay, dann nehme ich mit! Ach ja, man kann ja nur eine Spritze irgendwie mitnehmen! Ich kann die zumindest nicht aufheben! Hast du... Ist deine Uniform voll? Nein, ich habe noch zwei Slots! Oh, okay! Also ich kann sie nicht aufheben! Probier du mal! Ne, meine Uniform ist voll! Aber ich könnte jetzt meine Morphien mal nehmen und dann das da aufpacken! Ja, mach ruhig mal! Drogen! Oh, ja! Nehmen wir die mal mit! Ach nö! In dem Heizungscanner geht's nicht weiter! So ein Arschloch! Also das heißt, theoretisch geht's nach links in dem Gang auch nicht weiter! Das heißt, es kann nur was von rechts kommen, laut meiner Logik! Aber nein, der Gang ist theoretisch dahinter! Das ist ein Horrorspiel! Braucht keine Logik! Ich hab ne Idee! Wir bauen jetzt hier jetzt nur die in Basis! Ich hab bestimmt irgendwas, was man anzünden kann! Hier zum Beispiel so'n Stick, den kann man hier anzünden! Die Juden? Schmeißt du den auch dahin? Dann können wir Feuer machen und dann bleiben wir einfach hier bewohnen! Ähm, die Dinger sind aus Plastik! Ach verdammt! Ich kenn die noch aus gutem alten Metall! Äh, aus gutem alten Holz! Ja, die... Ach warte mal! Man kann ja! Warte mal! Was? Äh, ging das nicht? Warte mal! Ähm... Man, ich muss ihn erstmal glaube ich... Oh Gott! Was hast du? Ah ne, sorry, das ist Regen! Ich dachte, der wäre ein Kettensägen-Typ! Oh Kirschi! Man bin nicht fertig! Äh, jetzt kann man doch glaube ich... Äh... Combine... Miss 2... Nein, ging das nicht irgendwie? Ähm... Kein Glaube! Was hab ich gerade... Man konnte irgendwie glaube ich Waffen kombinieren! Ich bin mir aber nicht ganz sicher! Ja, irgendwas ging da, aber ich glaube nicht mit den Waffen die bereits existieren! Also ich weiß es nicht, ob meine Glock mit einer Remington... Shotgun... Ne, ich wollte nicht die... Ich wollte nicht die, äh... Shotgun... Ich wollte den Schlagstock mit der Glock kombinieren! Oh Gott! Dann kann man aber glaube ich nicht mehr zielen! Kann sein! Äh, du zählst doch eh nicht! Hier ist nix! Okay, da ist ne Treppe, das ist nicht gut glaube ich! Ja, Treppen sind immer eher so... Willst du oder soll ich? Ich hab noch ein Magazin und einen Schuss! Ich hab ne Shotgun! Ah! 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 Warte, ich komme! Ich sterbe! Ah! Ah! Okay, ich hab keine Munizierung mehr! Ich bin so gut wie tot! Was zum Teufel? Warum sind hier so viele, normalerweise ist hier nur eine! Bitte überleben! Bitte schafft das! Und... Ah! Ah! Zigarette, Zigaretten! Die ist abgehauen! Die ist in eine Dose reingepallen! Ich bin gleich tot. Oh Gott, einer! Komm schon, du schaffst das, ey. Nein, ich bin tot. 6 HP, tot. Fuck. Alter, wieso sind da 6 Stück? Holy shit! Ich wusste nicht mal, dass meine Treppe runterbricht. Ich schon, aber ich wollte dich nicht spoilern. Wobei ich mich trotzdem erschrocken habe. Gerade wegen dem Stein. Alter, aber wir haben wieder Munition. 1, 2, ja, weil das Level nur neu gestartet ist und nicht komplett neu. Stimmt. Wir haben für alle Waffen jetzt wieder ein Magazin. Hast du deine Shotgun noch? Nein. Das ist jetzt doof? Soweit ich weiß, hat die USP einen höheren... Wir sind nicht ernsthaft wieder am Anfang des Gullis. Och nee. Och nein. Ich hab vergessen, dass er auf der einen Richtung der Typ steht. Spring runter und dann... Nein, warte, ich töte ihn vorher. Geh raus! Geh weg. Ich töte ihn, okay? Okay. Oh, drei gute Schüsse. Ja, drei Schüsse mit der USP. Nimm die Shotgun-Shelves mit. Die lagen hier vorher nicht, oder? Doch. Nein, du hast die oben aufgesammelt in einem Haus. Sicher? Ja! Verdammt sicher! Okay. Ähm, da ich jetzt weiß, wie man sie austricksen kann, hol ich mal den nächsten ran. Äh. Hallo? Nächster? Geh wieder zurück. Ich hol ihn. Er steht da um die Ecke, wie letztes Mal auch. Ich könnte ihm von hier aus drei gezielte Schüsse geben. Okay, ich hab so noch zwei Schuss, ne? Also den dritten... Also man könnte ihn... Den dritten Schlag eigentlich sparen, weil man dann einfach nur noch einmal zuschlagen muss. Ähm, ich weiß nicht. Wollen wir jetzt einmal hier in die Richtung gehen? Ja, lass mal... Wir sind letztes Mal da lang gegangen. Ich hab übrigens Angst. Ah! No! Geh zurück, 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 geh zurück! Geh zurück! Folgt er uns, folgt er uns, er folgt uns. Ich hör dich doch, du Arschloch! Scheiß Franzose. Süßer? Kommst du spielen? Warte, warte, warte. Ah. Er kommt, ich hab daneben geschossen. So schnell ist es okay. Ich hab so richtig Bauchschmerzen übrigens. Fahr, ich hab auch noch mal. Motherfucker. Fuck, alter. Okay. Jetzt sollten wir da lang gehen können, hoff ich. Ich hab jetzt die Glocke gezogen. Wundert mich, dass die Glocke weniger Durchschlag hat als die USP. Liegt hier im Magazin? Das ist der Donator-only, Waffin. Bin ich Donator? Warum? Du bist doch Donator, oder? Nein. Warum nicht? Ich hätte doch Donator sein sollen. Warum bist du es nicht? Ich hab... Kishi! Ja! Die Waffe! Du hast für die bestimmten Magazin gekriegt! Nein, ich hab ein Glocke-Magazin gefunden. Boah. Alter! Das kann man nicht aufsammeln. Diese Waffe! Ja. Pass auf, dein Stehter. Wir müssen uns immer sieben. Ah! Ja, ich hab's gemerkt! Geh, 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 geh! Nein, nein! Also! Fuck, wir haben uns ineinander geparkt. Der sieht aber auch nicht angenehm aus, unbedingt. Ja, nicht. Das ist echt schon... Ich glaub, das tut weh. Oh Gott, der hat keine Augen. Was? Oh Gott, der hat keine Augen. Ja. Ich hab nur noch drei Schuss. Okay, da vorne scheint zumindest keiner zu sein. Ich glaub, jetzt kam keiner mehr. Ich bin nicht ganz sicher. Hier liegt eine Syringe. Was? Ah ja. Sorry, Morphio. Das hab ich jetzt aus irgendeinem PewDiePie-Let's-Play-Geld. Eine Morphinspritze? Ja, die heißt in irgendeinem Spiel, das ist die Syringe. PewDiePie, ich bin ja Fan und so von denen. Spritze heißt Syringe. Okay, gut zu wissen. Ja, ich glaube. Good to know. Falls du irgendwo ein Magazin findest, ne? Bitte lass mir das, ich hab keins mehr. Ja, ich lass dir. Glaub mir, keine Sorge. Ich denke an dich. Während ich das Magazin nehme. Zu viel letztes Mal. Ja. Oh, okay, cool. Da liegt ein Magazin. Oh ja, Fischi hat ja keins. Egooool. Tut mir leid. Ach ja, ich hab ja die Munition. Ich muss vorgehen. Ich hab ein Drei-Schuss-Kirschi. Da lag ein Magazin. Ja, da liegt eins. Gönn dir. Ah! Doppel B. Diesmal nimmst du die Treppe. Wenn wir wieder da sind. Oh, bist du ein Arschloch. Du bist sicher, dass der Timer läuft? Ja. Warte. Ja. Aber warte, tschüss. So, man, tschüss. Er hat uns bereits jetzt verloren. Ja. Ich weiß, die verlieren extrem schnell. Äh, zwei Minuten noch. Wir schaffen echt nichts. Ja. Ich hab ihn einmal getroffen am Kopf. Zweimal. Oh Gott, der ist freigelangst. Guter Kopfschuss? Ja, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie so mit Kopfschüssen. Bisschen behindert gezielt. Ja. Wichser. Äh, denkt dran, oben steht auch noch einer. Den hab ich letztes Mal mit Glockpatronen vollgeschossen. Äh, geh mal bitte schon mal zurück. Dann schieß ich den weg. Okay, Moment. Ich muss kurz, äh, so, meine, mir war eine Syringe runtergefallen. Wow, dann sind wir im nächsten Part wirklich wieder genauso weit wie im letzten. Äh, ja, ich glaube. Tut uns leid. Ähm, ich stürm da einfach mit meinem Schläger rein, weil da oben liegt ja eine, nein, demnächst liegt ja eine Syringe. Und bis dahin verliere ich eh kein Leben. Also, wünschst du mir Glück? Ne, viel Glück. Oh. Was? Das ist ein Stockquick höher. Oh. Er steht hier nicht. Was? Er steht hier nicht. Hier steht doch nicht. Mist, zum nächsten. Ach, wir haben noch eine Minute, Scheiße. Ja, ähm. Hallo? Geh, lass uns wenigstens ein bisschen mehr Fortschritt schaffen. Hallo? Nein, nicht. Äh, in dem Gang sind die Krabbelspastis. Oh, nein, okay. Ich glaube, Badnip hat auch hier. Hier ist, glaube ich. Wo bist du? Nicht ernsthaft. Mist, der Krabbelspasti. Hallo? Hier ist keiner. Was? Wieso? So, soll ich vorgehen? Wo war die Shotgun? Die ist beliebt. Ähm, die Shotgun ist weiter vorne. Ah, gut, okay. Ich habe schon Angst. Wenn der jetzt um die Ecke kommt, ich schwöre. Krabbelspasti. Hallo? Hier ist keiner. Wat? Okay, das ist gruselig. Erschreckt mich doch nicht so. Hier muss ich rauf und dann... Oh mein Gott, ich bin hochgekommen. Kriege ich jedes Mal die Shotgun, wenn ich schon vorgehen muss? Ja, ja, ja. Diesmal kriegst du die Shotgun und ich halte mit der Glocke noch. Oh Gott, ich hasse es. Danke. Du kannst die Treppe übrigens auch zum Einsturz bringen, ohne dass du dabei runterfällst. Und das war's mit dem Part. Haut rein und tschüss.